Hey Leute, willkommen zurück zu Pokemon White. Hier sind wir letzten stehen geblieben. Wir sind im Torben des Zimmels und dann lassen... Na, lasst mal... Was wollte ich gerade sagen? Dann lasst uns mal hier die Treppen hochsteigen. Ich weiß nicht, habe ich euch im letzten Part gesagt, dass ich mir ein Lichter fangen will? Ich glaube schon. Habe ich auch gesagt, was für ein Typ es ist? Weiß ich gerade nicht. Jedenfalls ist es Geistfeuer. Komm, Sublar, wir müssen nur ein Läppich schaffen. Das schaffen wir doch irgendwie. Gut gemacht. Was ist das denn für eine Attacke? Ach so. Ah, noch... Ach man, no. Also Subladin entwickelt sich auch bald. Okay, nicht bald noch... ...vier Level, also auf 39. Komm schon Subladin, das überlebst du. Nein! Nicht weinen. Hier unsere Hoheit. Ähm, was setzen wir mal ein? Gras Mixer müsste ausreichen. Ich finde eindeutig, dass wir zu stark sind. Ich meine, guck mal, wir haben... ... wir haben sechs Level-Unterschieds. Aber ich kann mich gar nicht wirklich erinnern, dass ich so hoch trainiert habe. Wow, das hat gezockt. Mega sauber. Oh, toll. Hat nichts gebracht. Überleben wir das? Ich glaube nicht. Oh, nee. Fängt ja gut an. Was setzen wir mal ein? Sohokex. Oh, das sieht ja alles voll viel ab. Ich sollte mal wirklich ernst hier machen. Was ist los hier? Ähm... ...mit mir. So, ich geh jetzt nicht zurück zum Pokémon Center, weil ich echt keinen Bock hab. Ich hab Belieber. Irgendwo. Ne, das müsste hier irgendwo sein. Stand da grad Belieber? Ja. So, hab ich jetzt den nochmal geheilt? Obwohl, warte mal, ich mach hier mal einen Kampf gegen Lichtl. Börde. Fehlt nur ein Level abmachen. Damit ich Dings eintauschen kann gleich. Sabladi. Oh, nee. Wir haben kein Level abgemacht. Toll. Ach, nee. Ich dachte, wir kommen hier. Also, wenn ich ein Lichter Level 30 finde, fange ich es mir sofort. Was glaub ich aber nicht gibt's. Lass mich mal kurz nochmal das Pokémon heilen. Na, was hast du? Oh, nee. Nicht dieses Pokémon, das mag ich nicht. Oh, nee. Nicht dieses Pokémon, das mag ich nicht. Oh, shit. Winter. Oh, bitte. Ei, 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 ei. Oh, Sprungkick auch noch. Okay, das geht. Ja, Sublatin. Ja, Sublatin. Ich weiß nicht. Ist das nicht ein Psycho? Genau. So, aber wir heilen uns erstmal. Also, es sollte eigentlich nicht viel abziehen, glaube ich, weil wir sind beide Psycho-Pokémon. Oder doch? Oh. So, kurz Pokémon tauschen. So. Hä, wie komm ich da jetzt rein? Ach ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Ja, 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 ja. Das Pokémon haben wir aber schon lange nicht mehr gesehen. So, mal paar Heule einsetzen... oder ne Bäre, mal gucken. So, das mit dem Schuss ist das ein Gerät. So, ich bin ein Gerät, die also aus der Oberfläche kommt. So, ich bin ein Gerät. So, das ist kein Gerät. Das war's für heute. Ah, toll oh komm schon komm schon seppi royal treffst du jetzt? ich mein bei der nächsten runde jetzt gut das das bringe ich vielleicht Dings bei wenn ich mir das Lichte ein Lichte gefangen hab aber ich möchte das perfekte Lichte fangen also 30 gibt es wahrscheinlich nicht aber zwischen 28 und 29 da bin ich mir sicher ja machen wir ja den Einkampf hier noch ups sorry dass die Maus gerade ein Bild war ach auch nicht dieses Pokémon come on wow gut gemacht ja 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 du kannst deine Verteidigung jetzt so erhöhen das nutzt nichts da du wahrscheinlich nur paar KBs hast so Leute ähm ich beende hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal Leute bis dann tschau